Das Stück hat eine ganz, ganz klare und große Architektur und das ist etwas, was mich fasziniert. Ich versuche immer, die Bilder zu finden, die die Fragen anbringen, sondern die Antworten. Ich finde, dass Messiaen etwas mit seiner Musik öffnet wird. Ich glaube, danach hat er gesucht, nach einer Entsprechung zwischen einer großen Musik, die alles beinhaltet für ihn, entsprechend zu dem, wie dieser Heilige Franziskus gewesen ist als Mensch. Es ist eine Sache, zu glauben in Gott, aber auch, wie sie glauben in Gott ist der Thema dieser Oper. Ich meine, du musst in Gott glauben, durch die Natur, durch dich selbst, durch Kommunikation. Was ich entschieden habe in dieser Produktion ist, zu bringen die Orchestra, als ein Actor, auf der Stelle, zu helfen, die Interaktion der Bilder, und die Connection zwischen den Sounden und dem, was die Leute machen auf der Stelle. Immer wenn gesungen wird, ist ein ruhiger Fluss, und dazwischen kommen diese Vogelgesänge, die sind schnell, die sind virtuos, die sind sehr lebendig, und dann kommt dieses riesige Vogelkonzert, was ja beispiellos ist eigentlich. Der Drama ist die Konfrontation mit Gott in der letzten Partie. Wenn man dabei bleibt bis zu dem Schluss mit dem Chor auf dem C-Dur, der dann auf dem C-Dur-Klang, der sich ganz lange ausbreitet, das ist ein unglaublich großer Bogen, der da gespannt wird.